Ja, hallo! Einige meiner Klienten und Follower haben mir in den letzten Zeiten öfters diese Frage gestellt, dass sie bisher die Diagnosen PTBS und Borderline hatten und jetzt sozusagen eine neue Diagnose KPTBS erhalten haben. Und wo ist jetzt diese Borderline hin? Deshalb entschied ich mich, ein Video zu drehen, welches unter anderem über Borderline-Muster, über Borderline-Persönlichkeitsstücke, und natürlich alles im Kontext von KPTBS und ICD-11 konform euch erklärt. Ich bin Gabriela, psychologische Beraterin und selbstbetroffen von KPTBS und ich gründete die erste Online-Trauma-Akademie für Menschen mit Bindungs-, Entwicklungs- und Komplextrauma und ich freue mich jetzt auf euch. Zu Diagnostik und Behandlung und natürlich auch zu Verstehen von Traumafolgestörungen wurden in den vergangenen zwei Jahrzehnten enorme Fortschritte erzielt. Zugleich hat die Forschung zu den verschiedenen Formen von Traumafolgestörungen unser Wissen zu Trauma und Dissoziation deutlich verbessert. Als Folge davon wurden in der ICD-11 wesentliche Veränderungen eingeführt. Angesichts der Fülle an neuen Erkenntnissen in der Psychotraumatologie kann die Übersicht über die verschiedenen posttraumatischen Symptome und Störungen jedoch herausfordernd sein. Als Betroffener, und davon gehe ich aus, dass du entweder betroffen oder Angehöriger bist, kennst du ja diese Problematik glaube ich nur zu gut. In diesem Video werde ich zwei Quellen, zwei sehr zuverlässige und unglaublich erfahrene und angesehene Quellen heranziehen. Und zwar, die erste Quelle ist das neu erschienene Buch »Diagnostik von Traumafolgestörungen – Multiaxiales Traumadissoziationsmodell nach ICD-11« von Dr. Jan Gysi. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in Bern. Er hat mit diesem Buch etwas Grandioses geschafft. Denn dieses Werk unterstützt mit brillant strukturierten farbigen Übersichten und zahlreichen Querverweisen, sowohl Unerfahrene als auch Erfahrene, nicht nur Diagnostiker, sondern auch Betroffene, denn auch die Betroffenen sollten darüber Bescheid wissen, was ihnen zugestoßen ist, was in ihnen heute vor sich geht und wie sie das auch bei Fachpersonal, also bei den Therapeuten und Ärzten, adäquat kommunizieren kann. So wurden hier alle Traumafolgestörungen, Ausprägungen der Dissoziation in einem sogenannten Traumadissoziationsachsenmodell zusammengefasst und dargestellt. Und nicht nur einzeln, sondern auch im Zusammenhang, was natürlich sehr wichtig ist. Ist jetzt für das Thema Borderline bzw. Persönlichkeitsstörung mit Borderline-Muster, weil so wird es heute in ICD-11 genannt, ist die erste Achse, welche Persönlichkeitsstörungen genannt wird, so wichtig für uns. Bei der zweiten Quelle handelt es sich um ein Fachartikel auf spektrum.de und zwar aus dem vergangenen Jahr unter dem Rubrik Psychologie Hirnforschung Borderline Folge zwischen menschlichen Traumata in der Kindheit. Und gleich zurück zu unserer ursprünglichen Frage. Ja, bisher hatte ich ja die Diagnosen PTBS und Borderline und jetzt ist dieser KPTBS plötzlich da und naja, wo ist denn Borderline hin und was verbirgt sich genau hinter dieser KPTBS? Ja, das zeigt auch, glaube ich, genau den Stand der Dinge und auch die Entwicklung der Forschung bzw. der Erkenntnisse, dass diese zwei Persönlichkeitsstörungen sehr viel überlappen miteinander haben. Durch ICD-11 wird gerade diese Differenzierung zwischen diesen zwei Krankheitsbilder erleichtert, denn Persönlichkeitsstörungen mit Borderline Muster wird unter der Achse Persönlichkeitsstörungen beschrieben, währenddessen KPTBS unter der zweiten Achse spezifisch belastungsbezogene Störungen. Nun, wie lässt sich eine Persönlichkeitsstörung mit Borderline Muster beschreiben? Das wichtigste Merkmal dieser Erkrankung ist das durchgängige Muster der Instabilität und zwar nicht nur in dem eigenen Selbstbild, sondern auch in zwischenmenschlichen Beziehungen und in den eigenen Affekten, also Emotionsregulierung. Das vierte ganz wichtige Merkmal vom Borderline Muster ist die Furcht vor Verlassenwerden. Erkennst du dich wieder? Und jetzt zu den typischen Symptomen. Mögliche Symptome können sein, verzweifeltes Versuchen, reales oder imaginiertes Verlassenwerden zum Vermeiden, große Schwierigkeiten mit der Identität, die sich durch markantes und anhaltendes instabiles Selbstbild oder Selbstgefühl zeigt. Und das ist der größte Entscheidungsmerkmal zu KPTBS. Denn mit komplexer posttraumatischer Belastungsstörung haben wir mit unserem Selbstbild und Selbstgefühl auch eine ganz große Problematik. Aber das ist nicht instabil, sondern zeichnet sich meist durch negatives Selbstkonzept und negatives Menschenkonzept aus. Das Borderline Muster können wir auch an einem chronischen Gefühl der Leere und Probleme mit Umgang insgesamt mit Affekten erkennen. Borderline Betroffene können auch vorübergehende Dissoziative oder sogar psychoseartige Symptome aufweisen. Und sie haben eine große Tendenz in emotionalen Krisen unbedacht, viel zu impulsiv zu reagieren mit Gefahr von Selbstverletzungen. Ich bin mir sicher, dass bereits nach diesen ersten Beschreibungen dir aufgefallen ist, wie viele Überlappungen der Symptome von komplexer posttraumatischer Belastungsstörung und Borderline Muster bzw. sogar Richtung Dissoziation hier auftreten. Nach ICDF wird eine Differenzierung durch die Beurteilung unserer Persönlichkeitsmerkmale, die bereits in der Adoleszenz, also Kindheit und Jugend in Erscheinung tretende, unflexible, maladaptive, also anerworbene Muster von Kognition, emotionale Erfahrung, emotionalem Ausdruck und Verhalten beurteilt. Einfach erklärt, es werden fünf Merkmalsdomäne unserer Persönlichkeit, unter die Lupe genommen und je nach Ausprägung unserer Symptome dann festgestellt, welchem Erkrankungsbild unsere Symptome entsprechen. Bevor ich für dich darauf näher eingehe, wie man Borderline Muster und KPTBS auseinanderhalten kann bzw. wieso diese Diagnose Borderline Muster fast nicht mehr in ICDF aufgenommen wurde, möchte ich dir ein bisschen Geschichte zu der Diagnose Borderline berichten. Der Begriff Borderline wurde in den 1930er Jahren von dem deutsch-amerikanischen Psychiater Adolf Stern geprägt. Er beschrieb damit eine Grauzone zwischen Neurose, also psychischen Leiden wie Depressionen und Angstzuständen und Psychose, bei der die Menschen den Bezug zur Realität verlieren und zum Beispiel unter Halluzinationen oder Wahnvorstellungen leiden. Diese Patienten, schrieb er, sind mit psychotherapeutischen Methoden extrem schwer zu behandeln. Jahrelang blieb Borderline ein nebulöser Begriff. Erst in den 1970er Jahren wurde er zu einer offiziellen Diagnose. Damals untersuchte der Psychiater John Gunderson vom McLean Hospital in Massachusetts eine Gruppe von Patienten, die fälschlicherweise eine Schizophrenie diagnostiziert bekommen hatten. Er definierte sechs Hauptmerkmale, die sie gemeinsam hatten. Intensive Emotionen, typischerweise feindselig oder depressiv, eine Vorgeschichte mit impulsivem Verhalten, kurze psychotische Erfahrungen, chaotische Beziehungen, unlogische oder wirre Gedankengänge, die sich beispielsweise in bizarren Antworten bei unstrukturierten psychologischen Tests zeigten und die Fähigkeit nach außen hin, einen Anschein von Normalität zu wahren. Kurz darauf, im Jahr 1980, fand die Borderline-Persönlichkeitsstörung Eingang in die dritte Ausgabe des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, also DSM, des wichtigsten Handbuchs, das Psychiater und Psychologen weltweit zu Forschungszwecken verwenden. Die Diagnose trug dazu bei, die Grundlagen der Störung zu erforschen und die Behandlungsmethoden voranzutreiben. Langzeitstudien von Gunderson und seinen Kollegen zeigten auch, dass sich die meisten Patienten trotz der vorherrschenden Meinung, Borderline sei eine chronische, unheilbare Krankheit, letztlich doch wieder erholen. Umstritten ist nach wie vor, wie sich Borderline zu anderen Persönlichkeitsstörungen verhält. Es gibt bis heute viele Unstimmigkeiten. Einige Fachleute wie Carla Sharp, Leiterin des Labors für Entwicklungspsychopathologie an der University of Houston, vertreten die Ansicht, dass sie die Merkmale der Borderline-Persönlichkeitsstörung nicht sehr von denen der übrigen Persönlichkeitsstörungen unterscheiden. Andere sind der Auffassung, dass diese Erkrankung sei einzigartig und spezifisch mit vergangenen traumatischen Erfahrungen verbunden. Wie solche Ereignisse zu anderen Persönlichkeitsstörungen beitragen, sei dagegen unklar. In den meisten bisherigen Studien zu Persönlichkeitsstörungen wurden Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsdiagnose untersucht, weil sie am häufigsten Hilfe suchen. Ob du die Beginner der Borderline-Therapie kennst? Denn die waren zwei radikal unterschiedliche Methoden zur Behandlung. Und zwar bei der einen wurden die Patienten in eine geschlossene Abteilung gesperrt und mit starken Medikamenten behandelt. Das Klima um sie herum war feindselig und misstrauisch und die meisten blieben ein Jahr oder länger. In der anderen war die Abteilung offen, die Atmosphäre warm und unterstützend. Die Patienten wurden ermutigt, sich gegenseitig bei der Entwicklung von Fähigkeiten zu unterstützen, die ihnen im Umgang mit ihrer Notlage helfen. Den meisten ging es nach einigen Monaten spürbar besser und sie konnten die Einrichtung verlassen. Letztgenannte Abteilung arbeitete nach einer Methode der US-Psychologin Marsha Linehan, bei der selbst eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert war. Kurz vor ihrem Schulabschluss damals wurde sie in eine geschlossene Abteilung einer psychiatrischen Klinik eingewiesen. Dort schnitt sich Linehan mit scharfen Gegenständen die Gliedmaßen auf, verbrannte sich mit Zigaretten und schlug ihren Kopf auf den Krankenhausboden. Ihre Ärzte behandelten sie unter anderem mit Medikamenten, Elektroschocks, Isolation und Kältetherapie. Sie wickelten sie in kalte Decken ein und schnallten sie an ein Bett. Linehan beschreibt diese Zeit in ihren Memoiren als Abstieg in die Hölle. Aber die eigene Erfahrung motivierte sie, ihr Leben der Hilfe für andere Betroffene zu widmen. Sie identifizierte die Disregulation von Emotionen als treibende Kraft der Störung. Menschen mit Borderline erleben ständig eine Achterbahn der Gefühle. Borderline-Patienten sind das psychologische Äquivalent von Patienten mit Verbrennungen dritten Grades, sagte Linehan 2009 dem Time Magazine. Sie haben sozusagen keine emotionale Haut. Selbst die kleinste Berührung oder Bewegung kann bei ihnen unermessliches Leid hervorrufen. Scheinbar unbedeutende Provokationen könnten bei ihren extreme Wut, Scham oder Verzweiflung auslösen. Auf dieser Grundlage entwickelte Linehan eine neue Behandlung, die sie Dialektisch-Behaviorale-Therapie DBT nannte. Der Name Dialektisch beschreibt das Gleichgewicht zwischen Selbstakzeptanz und Veränderung von selbstschädigendem Verhalten. Klinische Studien haben gezeigt, dass die DBT einige der Symptome wie Selbstverletzungen, suizidales Verhalten und Krankenhausaufenthalte reduziert. Bis heute ist eines der größten Rätsel, weshalb negative Erfahrungen in der Kindheit bei manchen Menschen zu Störungen wie Borderline, komplexer PTBS, Depression oder Drogenkonsum führen und bei anderen jedoch nicht. Wer später eine Borderline entwickelt, ist möglicherweise in einem Umfeld aufgewachsen, das Linehan als traumatisch entwertendes Umfeld bezeichnet. Beispiele dafür sind ein Mangel an elterlicher Fürsorge und Mitgefühl in Zeiten der Not, ständige Missbilligung oder Mobbing durch Gleichaltrige. Häufen sich solcher Erfahrungen kann das Folge haben wie ein Gefühl der Entfremdung und eine besondere Empfindlichkeit gegenüber Ablehnung. Die meisten der Patienten haben wirklich Mühe, positive Signale anzunehmen und das alles aufgrund der Erfahrung einer wiederholten traumatischen Entwertung. Eine Borderline Patientin sieht in der ständigen Abwertung durch ihre Eltern die Wurzel ihrer Probleme. Ich kann mich selbst nicht wirklich lieben, weil meine Eltern mir gesagt haben, dass ich nicht liebenswert bin, sagt sie. Ich muss jeden Tag dagegen ankämpfen. Jeden Tag wache ich auf und sage mir, dass ich einen neuen Weg einschlagen will. Sie glaubt, die fehlende emotionale Bestätigung in ihrer Kindheit habe wahrscheinlich zu ihrem Zustand geführt. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Mutter mich geliebt hat oder ob sie sich nur verpflichtet fühlte, mich zu lieben. Von meinem Vater weiß ich, dass er mich liebte, aber er war nicht in der Lage, es zu zeigen, erzählt sie. Wenn deine Gefühle von deinen Eltern nicht bestätigt werden, dann lernst du nicht wirklich, wie Beziehungen funktionieren oder wie du mit deinen Gefühlen umgehen kannst. Und jetzt zurück zu Borderline Muster. Der Einbezug der Borderline-Störung in der ICD-11 war lange sehr umstritten. Zwar wurde keine Persönlichkeitsstörung der ICD-10 so intensiv erforscht wie die Borderline-Störung, trotzdem blieben Zweifel am Status der Störung. In einem ersten Entwurf zu ICD-11 sollte die Borderline-Störung deshalb vollständig ausgelassen werden. Hauptargument dafür war, gerade die mangelnde Evidenz als Persönlichkeitsstörung und die Überlappung mit affektiven, posttraumatischen und dissoziativen Störungen. Dies führte jedoch in der Folge zu heftigen politischen Widerstand, worauf es zu einem Kompromiss kam. Der Begriff des Borderline-Musters als Erweiterung der dimensionalen Kategorien der Persönlichkeitsstörungen wurde doch noch in der ICD-11 aufgenommen. Es ist davon auszugehen, dass die Kontroversen um die Diagnose auch mit der ICD-11 nicht abgeschlossen sind. Zumal gegenwärtig zur Zeit existieren vier teilweise nicht deckungsgleiche Definitionen der Borderline-Störungen und zwar in DSM-4, DSM-5, in der ICD-10 und ICD-11. Wer soll sich da noch auskennen? In der ICD-11 wird die Borderline-Störung als Persönlichkeitsstörung mit Borderline-Muster aufgeführt. Bei etwa 80 Prozent der Menschen mit Borderline-Störung werden in der Anamnese traumatische Erfahrungen berichtet. Dies ist aber nicht immer der Fall. Oft sind der sexuelle Missbrauch anhaltende körperliche Gewalt sowie psychische oder körperliche Vernachlässigung, was zu einer relativ hohen Symptomüberlappung zwischen der Borderline-Störung und der KPTBS führt und die Unterscheidung erschweren kann. Die vier einleitend von mir aufgezählte Merkmale für ein Borderline-Muster, also starke Furcht vor Verlassenwerden, instabile Selbstbild, instabile und intensive interpersonelle Beziehungen und die Impulsivität sind zugleich die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale zu KPTBS. Zwischen Borderline-Störung und KPTBS gibt es eine hohe Komorbidität, also das gleichzeitige Vorkommen von zwei oder mehr verschiedenen Erkrankungen beim gleichen Patienten und die Zahlen sprechen für sich. Von den Patienten mit einer posttraumatischen Belastungsstörung haben laut verschiedenen Studien zwischen 37 und 68 Prozent eine komorbide Borderline-Störung, während bei 25 bis 58 Prozent der Borderline-Betroffenen eine posttraumatische Belastungsstörung vorliegt. Speziell nach schwerer Gewalt scheint eine hohe Komorbidität zu bestehen. Deshalb wird durch ICDF empfohlen, wenn sowohl die Kriterien einer Persönlichkeitsstörung mit Borderline-Muster und einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung erfüllt sind, sollten in diesem Fall beide Diagnosen gestellt werden. Und zuletzt die Übersicht, alle Symptome, die wir gerade durchgegangen sind, in Tabellenform für dich. Die kannst du auch ausdrucken bzw. downloaden auf meiner Webseite. Du findest ja den Link in den Shownotes. Ja, ob ihr jetzt einige Ansätze finden konntet, wie dieses System auch von ICD-11, diese Krankheitsbilder einordnet und wie sie zueinander stehen und habt ihr vielleicht noch Fragen dazu oder habt ihr euch irgendwo wiedererkannt, dann teilt das gerne in den Kommentaren und ich wünsche euch jetzt einfach eine wunderschöne Zeit und alles Liebe, Gabriela.